So, damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, ist schon wieder soweit. Jetzt ist die Energie jetzt voll genug. Ich mag irgendwie diese Rohrleitung nicht weiter bauen, auch wenn ich weiß, dass es sein muss. Achso, habe ich das richtig gesehen, dass er hier vorne das schweißt jetzt, oder was? Wie viel hat er? Nee, gar nichts. Ach, den wollte ich ja eh einstellen. Irgendeiner von euch hat auch genannt hier zum Panel, genau. Und dann die Oculus. Reiche heute. Achso, das... Ja, okay, gut. Passt. Mir reicht das. Wunderbar. Hm. Das können wir eigentlich hier fortführen, ne? Das können wir gerade sein. Ja, am besten ist natürlich, das so zu machen. So, dann... Okay, das kriegen wir auch hin, glaube ich. So, dann das. Ich stehe nicht so an hier. Ähm... Na. Vorsicht. Ein bisschen behäbig heute der Gute. Oh, das äh... War so nicht gewollt. Glaube ich jetzt. Hm. Hm. Uncool. Okay. Ja, machen wir das hier vorsichtig weiter. Äh... Genau. So. Und so. Ja, eigentlich muss ich hier schon eins... in die Richtung gehen, ne? Hm. So. Sieht aus so. Eigentlich schon. Genau. Dann passt das auch, glaube ich, sogar schon fast, oder? Ja. Ja, ja, das passt. Echt? Hier querlegen. Ähm... Hm. Hm. Nein, das geht nicht. Ja. Wir müssen das hier so machen. Genau. Dann. Dann geht das, genau. Dann können wir das hier so machen. Da noch einer hin. Achso, da ist ein... Ah, okay, okay, okay. Genau, machen wir es einfach so. Eleganteste Lösung. Dann haben wir das auch verkleidet. Und dann könnte ich hier jetzt auch schon wieder die nächsten draufsetzen. Dann müssen wir hier die sieben. Achso, nee, geht nicht. Geht nicht. Es sei denn natürlich. Ich nehme den hier weg. Nee, den nicht. Genau, den hier wegnehmen. Und dann... Genau, vielleicht... Vielleicht, vielleicht, vielleicht... Reicht das aus? Äh... Okay. Cool. Ja, ich lasse das jetzt so. Dann kommen hier nämlich zwei Stück drauf. Vorsicht, weil ich nicht geguckt habe, wo der hin zeigt. Dann haben wir so einen schönen Laserwall, der hier so in die Richtung, falls man da was kommt. Unsere Gegner unter Beschuss nimmt. Und für ihn hier kommt ja anscheinend ein bisschen was, ne? Und ballert nicht auf uns. Was ist da los? Das ist eigenartig, oder? Das heißt, wenn ich jetzt in dem Winkel bleibe, passiert nichts. Das ist doch garantiert ein Trick. Ich sehe da massenhaft Geschütze gerade. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Wir machen einfach die ganzen Batterien kaputt. Aber es scheint doch keine Energie mehr zu haben, ne? Okay. Das ist offline. Das wäre natürlich perfekt. Wenn die Energie mittlerweile verbraucht wäre. Können wir es ja ganz einfach testen. Das wäre natürlich jetzt richtig, richtig gut. So, mal gucken. Liegt die Energie auf? Ne, zeigt doch an, keine. Aber er hat jede Menge Wasserstoff, wenn wir das sehen, ne? Wahnsinn. Ähm, das ist ja richtig gut. Trotzdem würde ich gerne... Trotzdem würde ich gerne... Ah, ich... Bin immer so unsicher. Hat er hier irgendwo Solarzellen oder irgendwas? Ne. Hier ist auch noch ein großer Reaktor. Da ist nur noch Müll drin. Okay. Dann holen wir das große Schiff und nehmen das auseinander. Ja, muss man bloß die Waffen deaktivieren. Escort, Drone, hoffentlich greift die uns nicht an. Ach, verdammt. Ich hab ja gar nicht mehr... Fällt mir gerade ein. Die ganzen Sachen für... Mist, die Kack. Ja, das muss ich kurz schauen. So, ich packe mir hier kurz die ganzen Sachen weg. Genau, und dann... Förderleitung. Ich brauche einmal... einen Verbinder. Und dann brauche ich... Was ist jetzt weniger... Das... Das ist komplett gleich. Dann brauche ich die hier. Die normale Förderleitung. Ja, machen wir das so. Das ist natürlich jetzt kacke, weil... man kaum was sieht. Jetzt muss ich erstmal die Gastanks suchen. Spontan würde ich sagen, die sind hier irgendwo, aber... Hm. Angedockt hat er. Sprungantrieb. Na, natürlich. Super. Schiebetür. Innenwand. Okay, Schwerkraftkenerator. Okay, okay, okay. Da ist ein Tank. Okay, da ist ein Tank gewesen. Das ist glaube ich der Einzige noch, ne? Der da ist. Okay, das finde ich jetzt irgendwie kacke. Warte mal. Ich schwaß den mal ganz kurz. Damit ich hier diese paar Blöcke mitnehmen kann. Ja, ist ja okay. Vorsicht. Okay. Also der muss jetzt meiner werden. Ja, das ist super. Okay. So, können wir jetzt einfach machen hier. Äh, eins nach dem anderen ist besser. Nein. Nein. Ich weiß nicht. Jetzt aber jetzt da unbedingt. Ja, wird okay. Das reicht auch schon aus. Ja, 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 ja. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ähm, da ist er. Einen Tank ist noch da. Okay. Sehr schön. Da, der Orientierung ist los. Gott sei Dank haben wir hier die Wegpunkte. Und ich kann so ganz grob die Kante erkennen, sodass ich drüber fliegen kann, was auch nicht verkehrt ist. Okay. Können wir schon mal reingehen. Dann lade ich mal kurz auf. Ja, ich darf jetzt bloß noch nicht hin, weil der eine Gastank gehört noch nicht uns. Und ich möchte nicht, dass der jetzt hier, ähm, praktisch... Ja, dass der dann alles da... So, Umsatz, das wäre nicht gut. Ja, da würde es nämlich komplett zerlegen, wenn wir dann gleich hingehen. Ja, das muss ja nicht sein. Also, sehen wir uns beim nächsten Mal.